Servus zusammen, es gibt ein bisschen improvisiertes Video, aus dem Grund, ich bin immer noch lichtlos bei mir zuhause, also Aufnahme lichtlos. Und ich habe auch heute leider keine Zeit für den Brindilog, darum werde ich den vielleicht dann morgen aufnehmen. Und ich möchte die Chance etwas nutzen, euch ein bisschen Übersicht über das Programm zu geben für die nächsten Tage. Ich habe noch diese Magic Unboxing Videos, die werden online gehen. Dann die Magic Duels of the Planeswalker Gameplay Videos, ich weiß viel Magic letzter Zeit. Dann Hearthstone habe ich ein paar Folgen. Und Freitag gibt es das Herzteil-Video, das neue. Noch nicht verraten, was es sein wird, ihr könnt ja spekulieren, das ist wieder ein Videospiel-Serie, über die ich reden möchte. Und nächsten Freitag gibt es DoppelteamTV, unsere abschließende Meinung zu Pokémon X und Y. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr habt Spaß und bis morgen oder in irgendeinem anderen meiner Videos, weil ich lade jetzt eigentlich jeden Tag etwas hoch. Also viel Spaß damit, bis dann, bye bye.